Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. In diesem Video habe ich für euch drei Barbie Puppen für Kollektion gebracht. Lasst uns diese besser ansehen. Musik 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 Diese sind sie ja. Jede Puppe hat einen Ständer. Musik Und dieser kommt hierher. Sehr einfach. Musik Und jetzt steht unsere Puppe alleine. Wunderbar. Musik Wow, sie ist so schön. Schaut mal. Alle drei tragen ein fabelhaftes rotes Abendkleid, Akzessorien und sind sehr schön geschminkt. Wow, sie ist glänzend. Juhu. Musik Sie ist brunett. Und hat ein belliges Haar. Sie ist mit heller Farben geschminkt. Hat goldene Ohrringe. Musik Ein wunderschönes Kleid. Wow, ist das lang. Musik Und sie trägt auch Sandale. Musik Schaut mal, sie hat auch rote Nägel. Musik Wie toll. Musik Sie ist wunderbar. Und das ist nicht alles. Sie hat auch einen Stern. Dieser kommt dahinter. Musik Musik Wow. Musik Musik Jetzt sehen wir die Blondine an. Musik Auch sehr hübsch, nicht wahr? Musik Sie trägt auch goldene Ohrringe. Musik Ihr Haar ist wellig mit heller Strähne. Musik Und die Nägel sind ihr Kleid. Rot. Musik Die Sandale sind auch golden. Wie die Ohrringe. Alle Komponenten gehen perfekt zusammen. Musik Und die letzte Puppe. Musik Musik Hat ein langes, welliges Haar mit Strähne, Goldene Ohrringe und rotes Kleid. Musik Ihr Haar ist so feucht. Es gefällt mir sehr. Musik Jetzt lasst uns noch einmal alle Puppern sehen. Musik Musik Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, vergisst nicht mir einen Daumen nach oben zu geben. Und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss. Musik Musik